Es ist Zeit für mich! Die Infektion steckt irgendwas Sechzames mit den Soldaten. Sie alle hatten Ausrüstung mit eingebauter Staseeinheit. Und die Infektion scheint die Stase mit dem Fleisch verschmetzen zu lassen, wodurch sie schwerer werden, verdammt schnell! Also vor sich! Super! Also schnelle Monster heißt am besten Stase einsetzen gegen diese Viecher. Wenn sie nicht immun gegen Stase sind, weiß man ja auch nicht so genau, ne? Kann ich jetzt bei der Seite räumen? Ne. Kann ich mich so weiter bewegen nach vorne? Ne. Okay. Also denn... So. Ähm... Eine Frage, was stalkt mich hier bitte? Hm. Ähm... Halt mich still! Wie schnell sind denn die Dinger? Das ist ja auch normal. Und krank. Ähm... Das ist jetzt wirklich ne Art neuer Gegner. Das ist interessant. Ah! Ah! Au! Ah! Nochmal Haftung nach oben. Ich bin so schlecht weggekündigt. Das ist ja normal. Brauch ich ja eh ein Bot. Was ist? Was ist? Was ist los wie eh den Mechanik-Kasten-Dingens mit Werkzeug drinnen? Ah ja. Wird gemacht mal, Lady. Ähm. Lauf damit. Die nutze ich doch eh nicht, die Scheißdinger. Ich muss es einfach mal raus, wahr? Schieß ich mal da hin, brauche ich ja nach. Nein, es wird sicher gebraucht, deswegen nehme ich das auch gleich mit. Brauche ich nicht 20 Moment herlatschen hier? Alter, ich peile hier den Standort an, aber offenbar kann ich sie nicht erreichen. Die die Tat am Beschiff wurde fast den zwei Hälften gerettet. Ich habe es auf die Brücke geschafft. Das ist schrecklich hier. Diese armen Schweine haben nicht die Spur einer Chance. Ich werde alle Türschlösser deaktivieren, damit sie zum Maschinenraum durchkommt. Wir sehen uns beim Dorf. Ich speichere... Oh, was haben wir denn hier? Äh. Super. Egal, ich speichere jetzt mal ne Runde. Haben wir nicht genug gespeichert bisher. Ja. Ja. Entschuldigung. Das war der gute Kaffee. So, warum... Warum gibt es hier so viel davon? Wenn es kaputt geht. Ha, ha, ha. Ach, die Batterie ist ja auf die Flur und dann passt der gerade. Können wir sie leider drin stecken. Ist der überhaupt richtig? Ja, er ist richtig. Woi! Äh, lass ihn in Ruhe! Alter! Nein! Stirb! Ich glaub's ja! Ach Gott, ich will dich jetzt wieder überleben. Ich glaub's ja! Ähm, wo fällt das hin? Ich glaub das wird da rein. Frachtraum ist gut, Frachtraum ist bestimmt... Muni oder sowas. Was? Ach! Stimmt, da war ich ja schon gelesen. Ha! Nein, dann passt das, dass ich eine Batterie mitgeschleppt hab. Zu einem Fahrstuhl. Ha! Cool. 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 Erstmal ne Schluck Kaffee. Interessiert mich nicht. Hochsch! Schiff! geben wir parameter. Three people! Herabsch! Ja. Okay, aber das wäre gleich drin. Sie müssen mir helfen. Enoch, guck mal hier gegen. Yay. Ähm. Fing ist aber nicht gut. Ist dann auch tot. Gut. Erstmal ihn eigentlich nehmen. Ah. Ach. Hier. Was sei das? Bam. Double kill. Was ist das? Oh mein Gott. Und die roten. Oh mein Gott. Was für ein Easter Egg. Das Spiel ist so episch. Besser als der Space selber. Ich hab mir den Space nur gekauft, damit ich das hier spielen darf. Unglaublich. Es ist so lustig. Ein Spaß für die ganze Familie. Oh. Ist das spannend. Ich darf nur für die roten schießen. Das ist ja rassistisch. Stürb, Roter. Ich hab es nicht geschafft. Oh mein Gott. Okay, ähm. Ich glaub, ich bin immer offen, wenn ich das schaffe. Ich glaub, ich mach es nochmal. Wie gesagt, ich kenn das noch nicht. Wir denn auch. Das ist so spannend. Oh Gott. Oh Gott. Yay. Level 1 complete. Wir werden vielleicht 3 Munizons bekommen. Super. Okay. Okay, vielleicht werde ich ein paar deswegen ein bisschen überziehen. Aber ich sag mal so. Auf was ich Sachen geschenk kriege. Ihr könnt ja wie gesagt gerne vorspulen und warten bis die ganze Kaké vorbei ist. Aber das würde ich gerne auch machen. Das ist echt cool. Wie gesagt. Ich weiß, was man kostenlos kriegen kann, ne. Das ist meine Energie. Wie gesagt, es wird ja vom Markt zu mal mal schwerer. Und wie gesagt. Wenn ihr Geduld habt, schaut es euch an. Wenn nicht, dann switcht weiter von mir aus. Hoppala. Ja. Ich werde euch alle töten, ihr roten Penner. Äh. Ich werde ja voll zum Blob-Pro. Ich habe noch Platz für etwas, was ich noch aufnehmen könnte. Ja, einen Platz habe ich noch. Na super. Machen wir doch gerne. Okay. Ist schnell geworden. Okay. Ach shit. Oh Gott, volle Konzentration der Karte. Toll. Das muss ich auch nicht einen blauen umbringen. Na super. Na komm. Wie gesagt, bis der 5 will ich noch kommen. Ich bin gut. Ich bin gut... Was, Leute? Oh, Robin, cool. Oh, das ist ja richtig cool. Okay, das werde ich sicherlich... Boah, 2000. Das werde ich sicherlich nicht schaffen. Oh, das werde ich zu bezweifeln. Und das ist der Automatikwaffe, ey. Nein. Ach, du Scheiße. Ich muss tatsache alles töten. Okay, ich wollte noch einen letzten Versuch heute, weil ich es nicht schaffen sollte, denn du hast ja das Minispiel ab, aber... Aber es leckt. Ich hoffe, ich habe jetzt nichts geleckt. Okay, ich bin so unsplendet. Ich mache weiter so wie bisher. Vielleicht kriege ich was mehr jetzt, meine Waffe oder Anzug oder was noch drauf. Scheiße, ich jetzt gerade mal. Obwohl, hinten noch zwei töten müssen. Ah, komm, noch einmal. Mach vorsichtig, die Kacke, ey. Okay, ich habe nichts verkackt. Oh Gott. Leute, ich werde hier einen kurzen Break machen und ihr werdet sehen, was ich für eine Belohnung bekommen habe. Ich werde es jetzt so lange probieren, bis ich es schaffe. Bis gleich. So, Leute, nach ungefähr zehn Minuten probieren habe ich es endlich geschafft. Was bekomme ich dafür? Es stinkt eine Energieknoten. Geil, wa? So, nehmen wir auf. Und zum nächsten Level. Das ist, denke ich mal, wirklich nicht... Ach, komm. Nö. Jetzt reicht es mir. Ich habe alle Level durchgemacht, will ich nicht normales machen. Ich bin mir nicht bekloppt. Gut, dass wir gleich eine Webbank haben und davor noch Energieknoten haben. Ha, 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 ha. Gut, ähm. Gut, ich bin zwar nicht so ein Freund fürs Aufleveln ständiger Sachen, aber ich sage mal so, ich habe bisher kaum Räume gefunden, die irgendwie beinhalten, vor allem wegen Energieknoten nicht einnammeln zu dürfen. Also, bin ich jetzt mal so frei und... Ach, irgendwie gehen mal Stase und dann kleine Wenigkeit auch noch mit auf. So, jetzt ist mein Plan. Moment, mental voll bis zum Rand. Wo müssen wir bitte lang? Ähm, nee, das hat sich gut gereimt. Ist doch sicher wieder am Fahrstuhl, oder? Ah, doch nicht. Ähm, aus deinem Bein in der Hand. Dein Bein. Du hast ein fettes Bein. Gehabt. Ähm. So, was ich einsam werden kann, leuchte ich mal den Weg hier. Äh, oh, da liegt doch was. Ja, das ist... Ne Zange. Wow, sag ich mal, ne Zange. Ich kann jetzt von mir den linken Zeh abschneiden, oder? Was? Was? Was ist denn jetzt Vorsicht geboten? Der Zeitlupe. Ja, ich hab auch ein Bein verloren. Oh Mann. Und die Zeitlupe drückt mir auf den Schuh. Das ist ein Schluck Kaffee trinken. Ich überziehe wieder grenzenlos. Das ist sehr gut. Nein, Quatsch. Blöder Mist. Klappt nicht so ganz, wie ich das möchte. Aber nun gut. Und ich kann der Ladebildschirm nicht mal ausgeladen haben. Gut. Wie kann ich denn laufen? Muss mich denn irgendwie aufschlitzen? Tö. Bewege dich mal nach rechts langsam. Interessiert mich grad ein feuchten Scheiß. Oh. Das ist ein Schema. Das ich unbedingt mithaben möchte. Hier brauche ich Platz. Immer stehen da. Genau. Okay, jetzt hau ich wieder ab. Bis ich wieder zerschnetzelt werde. Was ist da drinne? Ah. Ach egal. No risk, no fun. Fanna. Inventar voll. Oh, eh nur zwei Schuss. Okay, das ist jetzt sinnlos. Was hab ich eigentlich eingesammelt? Was ist das überhaupt? Willi-Pack groß kann ich jetzt kaufen. Oh. Okay, das nehme ich doch sehr gerne mit. Ich weiß nicht, dass die nicht so groß sind. Oh. Aber explosiv. Nein, wenn ich so groß sind, so schnell sind, meine ich. Ich weiß nicht, dass die schnellen Fächer auch größer geworden sind als sonst. Das führt nichts zu sagen. Die sind genauso sterblich wie vorher. Bloß schnell nach. Oh. Wo willst du hin? Bleib hierhin, stirb wie ein Mann. Wie du einer wärst. Gut, ich krieg mal in meiner I mit. Ich auch dich mal mit. Ach, dann benutze ich mal diese Scheiß-Ripa-Kacke da. Mehr damit. Geh mal nachladen hier. Und weiter. Weiter, weiter, ins Verderben. Was hab ich hier schönes? Wieder auf Rebuckling. Muss ich auch blanken. Ist das richtig? Nein, aber ich guck mal lieber weiter. Vielleicht haben wir noch was. Nein, da komm ich wieso nicht vorbei. Super! Und ich hab das Gefühl, dass hier wieder Monster auftauchen. Was haben wir hier? Plasma-Energie. Und ich lass mich aber durch nichts nehmen, ey. Dafür sind wir immer so eine Portion Rebuckling raus, ey. Plasma ist mir echt am wichtigsten. Lockdown. Lockdown. Lockdown! Äh? Was wollt ihr denn? Jo. Dann kommt was. Mein Fützerk! Ich schnitt dir dein Beinchen ab. Oh, oh, ab! Acker oder wat? Ah! Was ist das denn? Oh, du Vieh! Das ist ein schön schönes Scheibchen, Alter. Mein Kind! Mein Kind! Ey, wisst ihr was? Mir reicht's. Ich hab die Nase voll. Ah! Aus dem Maul. Oh Mann. Jetzt reicht's mir auch langsam mal. Ah! Oh, das leckt. Das leckt ohne Ende. Ja, Leute, das liegt wieder an Fraps. Das ist ja schlechtes Aufnahme. Wenn ich's zu lange mache, dann leckt das wie Sau. Das ist gerade dieser wunderbare Fall. Okay, Leute. Ich werd diesen Part splitten in zwei Teilen. Ähm, ich werd erstmal hier einen kurzen Break machen. Der nächste Part kommt sofort. Bis gleich. Bis gleich. Ja, ich... Vielen Dank.